Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Heute machen wir den Nachtflug und die Eishöhlen, wenn ich sie wieder finde. Denn ich hab keine Ahnung wo die sind. Oh, Nachtflug, das wird wieder lustig. Das wird lustig. Und let's go. Wow, 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 wow. Ah, da, da am offices. Nein. nur zwei sekunden aber zumindest die noch nein das schaue ich nicht das ist kein first try ja ich musste auch nicht alle sammeln ich mache das nicht also nicht alle auf einmal macht die tore jetzt das ist das wichtigste ist und einfach alles gesammelt hat das reicht dann auch weil ich finde ich schon schwer ohne kontrolle aber macht es nicht so wir haben die schon jahre die haben wir schon acht mal was ganz was machen muss eigentlich lichter okay lichter lichter ja okay geil verpasst hätt ich auch durch die hülle fliegen können ach so okay das hier ja okay ganz schön knicken wieso soll ich das denn machen wenn wir das tor hier wahrscheinlich scheitert es beim letzten ja habe ich ja gesagt scheitert beim letzten ja gönnt ihr die scheiß ringe halt geschenkte punkte so dann können wir noch den hier so gönnt ihr den hier gönnt ihr den hier gönnt ihr den hier jetzt haben wir alles abgeschlossen invertierte steuerung nicht das ist ja nö reicht haben alles haben wir alles gemacht haben wir mal was vergessen ne 100% abgeschlossen ich sag nicht man kriegt für wenn man alles auf einmal macht man kriegt für oder ja man kriegt für wenn alles wenn alles abgeschlossen ist kriegt man ja man kriegt für wenn alles abgeschlossen ist noch die letzten oh scheiße ringe ringe das ist auch sauknappel messen nein nein oh diese scheiß steuerung oh die ist wirklich zum kotzen ne wirklich also boah das ist wirklich schrecklich ich mach das zwar mit der maus aber das ist trotzdem echt nervig ich mach mal höhere geschwindigkeit ich störe einfach ich mache auf maximal geschwindigkeit also für das profil jetzt die maximale geschwindigkeit nicht die von der maus wenn ich mit der spielen würde dann könnte ich gar nicht mehr spielen ne leck mich doch am zifferli zehn sekunden wieder verprempelt ey wir haben eine vergessen tschüss ab in den tod ja mach das problem ist ich kann es nicht mit dem tastatur machen weil das so blöd invertiert ist klar wenn ich mich anstrengen würde würde es vielleicht hinhauen aber das nervt ja guck wenn ich drück mal weh und dings geht gleichzeitig bin ich dann schneller bin ich dann schneller bin ich dann schneller warum hat es nicht getroffen so wenn ich jetzt guck wenn ich starte und weh gedrückt halte dann bin ich schneller glaube ich siehst du er hat die flügel so zurück ich störe einfach es funktioniert nicht kann ich irgendwie nein optionen steuerung boah ist das schrecklich steuerungsbelegung jetzt auf einmal krieg ich die controller äh will das beim schweben dass das nicht invertiert ist bewegungsliste bewegung d was heißt denn nur d was ist denn nur d nur d ist das hä tauchen flug beenden flug fortsetzen looping vorwärts maus zum fliegen benutzen mausflug umkehren mausflug umkehren mausflug umkehren ja alles klar alles klar alles klar ja alles klar was ist das denn für ein dreck ich würde gerne benutzen ja aber das ist auch ein problemchen aber es ist nicht auf pause ich lasse die finger schlafen nein stirb also eigentlich müsste es so klappen aber siehste mal das passiert mir wenn ich mit s arbeite nicht mit s geht ja so ultra hoch einfach das kannst du schon knicken alter ach ach Gott ja das wird schon wieder super knall ok du wirst von v ist das absolut nervig letzter versuch das gewiss abgebunden auf zu fliegen so ein blöder versuch kommen noch einmal richtig hart das zeitlimit ist schrott kriegt nur zwei sekunden drei bekommen ja noch gerettet gut ja gut dass es gezählt hat alter sogar ein bisschen schneller glaube ich als vorher ja ja wir sind schneller definitiv nein 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 sechs fünf hier auch kommt jetzt auch ich alter alles im eigenen gibt noch mal 60 woraus die 100 prozent zu kriegen schmeißt mich nur in den abgrund danke ja genau ist das schieb ich sag mal wie ist das hier das habe ich gesucht eben nachwechslung reise nach eishöhlen ich reise eishöhlen eishöhlen nach eis in reisen steckt auch eis drin aha die vergesse ich nicht so schön vorsichtig kleiner warte bist du so groß bist wie ich bevor du die großen gegner angreifst das ist du hast du nicht in den schädel du hast du hier ganz gut du hast du hast du hast du hast du hast du hast ganz gut die blum 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 och ne wartet ja hihihi 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 sorry aber muss ich probieren alles klar hihihi hihihi interessant nicht schlagen oh ich bin dem Felschen wegegangen Asher erinnert mich an Asher Mia von Destiny Danke für die Rettung Spyro also wo war ich keine Ahnung mehr Sparks getötet Sparks getötet oh oh ja ok die bringen schau kann es sein dass da unten nein schau ich dachte er geht mit einem mal dann gedauern aber nee warte spark hier dich gönn dir hallo hä ich konnte den den Jubil nicht einsammeln ich konnte den Jubil nicht einsammeln äh äh willst du mich verarschen Misty Alter was für ein absolutes Drecks Dinge ich geh erstmal hier zurück ich bin eigentlich den falschen Weg aufgegangen ich muss sowieso nochmal von Anfang an hier hinkommen so öffne Andor Danke dass du mich befreit hast ich warte immer noch auf den Drachen der so ganz komisch war so du denkst dir so nichts von dem weißt du der sieht so ganz jung aus und der sagt dann so Danke dass du mich befreit hast das war bei uns immer so ja kleiner Gag einfach der alte Drache der junge Drache der aber alte Aussprache hatte Danke dass du mich befreit hast öh hü 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 hier gibt's wahrscheinlich 200... äh 300 manchmal schätzen Todoch Was ist der nicht? Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Hm. Ach so. Kann es sein? Oh. No. Okay, so kriegt man die also. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hinwollte eigentlich. Wo bin ich denn jetzt hier landet? Ah. Okay. Ach, hier, wo wir eben abgebrochen haben. Perfekt. Ich muss das nicht neu machen. So. Zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Ah ja, warte. Den Schlüssel habe ich eben hier unten irgendwo gesehen. Kann ich da so schon hinspringen oder kann ich hier noch was holen? Moment. Ich nehme einen sicheren Weg. Moment. Safety first. Ich glaube nicht, dass man den von da aus erreichen kann. Deswegen von hier komme ich ganz sicher dahin. Glück gehabt. Ich muss ja eh noch hier weiter. Hier waren wir drin, aber nicht da oben. Doch, da oben waren wir, aber da sind wir so blöd gestorben. Gerade. Jetzt war ich hier. Oh ne Oh ne, dann hat man auch geschafft Ich dachte eigentlich, dass da oben was ist Aber da ist nichts Okay, das heißt hier muss ich nicht mehr Oh Gott, oh Gott Ach ja, stimmt Warte, kann ich hier hoch? Nein, hier hoch Ups Nö, euch brauche ich nicht zu besiegen Den auch nicht Arusha freigeschaltet Triathlon Okay Warum? Ciao Geht's dann irgendwo hin? Warte Warum ist da ein Haus? Hä? Okay Okay, hier gibt's auch wieder 400 Kann sein, dass es hier überall 400 gibt Gut gemacht, Spyro Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit Aber ich wusste es besser Ich bin sowas von bereit Äh, wofür genau? Es ist... Du bist schon mal bereit, aber du weißt noch nicht wofür Genau So, es fehlen noch ein paar Rubinchen Okay Hier geht's nach Hause Dann geht's hier definitiv weiter Okay Äh, weiß ich auch schon wo Ach klar Wie kann ich eigentlich von hier Wie kann man das nur sehen, oder? Ja Ähm Wie komme ich denn jetzt am besten nach Äh, zum Anfang hin Nach zum Anfang hin Äh, das war hier lang, ne? Klappt, klappt Klappt nicht Klappt Hier, wach Nee, wach zu Hü-hot Hier 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 Und hier So Gönnung Dankeschön Und es sind nicht alle Ach komm, fünf Ich weiß schon, wo da hinten, wo die Viecher sind, ne? Ja, ja, ja Würde ich mal schätzen Oder ein Gegner, den ich noch nicht besiegt habe Kann natürlich auch sein Das kann auch sehr gut sein Das ist schon mies, da hinzukommen Okay Okay, hier gibt's keine Das hätte ich jetzt aber echt erwacht Tatsächlich Wo habe ich denn fünf vergessen? Hier Seiten Nee Da, da Geht's nach Hause Dann wird's irgendein Gegner sein, oder? Mal anders kann ich's mir eigentlich nicht mehr erklären Ah, oder? Warte Auf den Dingern waren ja auch Rubine, ne? Rubine, Mann Juwelen Wir wetten, dass einer von den Gegnern noch einen nicht gedruckt hat Nee, der nicht Nee Ich hab eigentlich auch Sparks Ach, Sparks Du brauchst einen größeren Blutradius Du willst nach Hause? Hier Nach Hause So, und damit bedanke ich mich auch fürs Zusehen Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Und da machen wir natürlich noch nicht Bossfeind Tschüss Gutes